In der Welt von One Piece ist Vegapunks Enthüllungstour vorerst beendet und er hinterlässt eine lange Liste vieler Fragen. Auch das Geheimnis der Dies wird in diesem Kapitel angeschnitten. Zorro bekommt außerdem seinen Clash, auf den wir viele Jahre gewartet und gehofft haben. Zusätzlich wäre nun der optimale Zeitpunkt, nach L-Bahn abzuhauen. Welche Linie verfolgt oder mit den Strohhüten? Wie geht es weiter? Das und vieles mehr besprechen wir im heutigen Podcast. Und falls ihr keine News und Spoiler mehr zu One Piece verpassen wollt, Kanal abonnieren, Daumen hoch und wäre korrekt. Viel Spaß mit dem Video, los geht's! Das war wohl ein Cliffhanger. Vegapunks Message ist nun endlich abgebrochen worden. Es war ja irgendwie auch klar und auch irgendwo von mir persönlich, muss ich sagen, auch verlangt, dass er die Message nicht bis ins kleinste Detail wirklich runter bricht, weil am Ende müssen wir die ganzen Infos ja durch Raffi, durch diese Reise, die die Strohhüte haben, durch Laugh Tale etc. erfahren. Aber Vegapunk hat es noch geschafft, hier eine Message anzureißen, die bezüglich der Dies oder den Leuten, die ein D im Namen hat, was die angeht. Denn das ist natürlich eine sehr spezielle Personengruppe. Und dieses Geheimnis der D ist von Oda schon seit Anbeginn geplant gewesen. Und die Symbolbedeutung, dass die Leute mit einem D im Namen oder gerade Raffi als Joyboy, Nika, der Sonnengott, der die Dawn zur Welt bringt oder für die Welt bringt, diese lang anhaltende Nacht in der Symbolik, dass Raffi derjenige sein wird, der diese Nacht beenden wird. Das ist ja schon klar, aber es gibt natürlich da noch tiefere und auch klare Bedeutungen, die man hier definitiv noch erfahren wird in Zukunft. Und ich muss dir ganz klar sagen, es gibt ja im Japanischen oder im Japanischen, hat Vegapunk ja noch irgendwie eine Silbe gesagt, nämlich Mo. Und da ist man natürlich jetzt drauf und dran herauszufinden, oh, was könnte das sein? Hat es etwas mit Motherflame zu tun, mit dem Moon zu tun oder Sonstiges? Da bin ich gespannt. Ich will da jetzt nicht zu deep in eine Spekulation rein, denn ich persönlich muss sagen, wenn es klar gewesen wäre, dann hätte man die Lösung eigentlich schon überall im Internet gelesen. Und man darf nicht vergessen, dieser kleine Hint ist vielleicht nur für japanische Leser zu verstehen. Deswegen müssen wir mal abwarten, ob die offizielle Übersetzung da etwas anderes übersetzt. Aber hier ist eine Tatsache, die ich persönlich sehr interessant finde und die ich auch wichtig finde, die definitiv bei der offiziellen Übersetzung nochmal, ich sag mal, abzuchecken. Vegapunk spricht ja über die Leute, die ein D im Namen haben. Und dann sagt Vegapunk in einem darauffolgenden Satz, in einem Nebensatz, sagt er, unter euch ist jemand, ja. Und das sagt er zumindest hier bei den ersten Leaks in einem Singular. Das bedeutet, er spricht eine spezielle Person an, keine Personengruppe, so wie es die Leute mit einem D im Namen sind, sondern eine spezielle Person. Und ich persönlich nehme es jetzt einfach mal heraus zu sagen, diese Person ist auch diese Person, auf die Roger gewartet hat, ja. Dieser Satz, den Whitebeard damals zu Blackbeard gesagt hatte, bevor er starb, du bist nicht derjenige, auf den Roger wartet. Es ist jemand anderes und das wird natürliches wahrscheinlich Ruffy sein. Es ist genau das, was Krokus nach dem Abschied der Strohhüte auf dem Kap der Zwillinge gesagt hat, dass die Piratentruppe oder gerade Ruffy derjenige ist, auf den wir gewartet haben. Also die Roger-Piraten oder generell die Leute, die damit vertraut sind, was in der Welt wirklich passiert ist oder die Wahrheit der Welt kennen, die haben stets von einer Person gesprochen, die irgendwann kommen wird, die vermutlich dann dementsprechend die Welt befreien wird von dieser langanhaltenden Nacht. Und sowohl Krokus, Whitebeard und ich denke auch die ganzen Roger-Piraten, Rayleigh und so weiter, die haben schon alle irgendwo vermutet, dass Ruffy derjenige sein wird. Und selbst Roger durch die Prophezeiung von Joyboy sagt ja, dass eines Tages Personen auftauchen wird oder eine Crew auftauchen wird, die die selbst übertrifft. Und damit ist Ruffy gemeint, ganz klare Kiste. Und ich persönlich denke, das deckt sich hier mit der Aussage von Vegapunk, dass unter den Leuten, die ein D im Namen tragen, die ja auf der gesamten Welt verteilt sind, was ja irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen lässt, dass man sagen kann, okay, sie sind jetzt auf der Welt verteilt. Früher war das vielleicht nicht so, ja. Das nähert sich natürlich dem immer weiter an, dass man sagt, okay, die Leute mit einem D im Namen, das sind dann tatsächlich die Nachfahren des antiken Königreis. Ich persönlich fände das gar nicht mal so abwegig und würde auch, weil es so offensichtlich ist, das Ganze gar nicht mal schlecht finden, ja. Also, weil irgendwoher muss ja die Origin sein. Es ist ja eine besondere Art, einen Namen zu tragen, die Leute, die einen D im Namen haben, ja. Man sagt ja auch nicht umsonst, die Ds sind die Natural Enemies of Gods, ja. Das ist ja etwas, was seit Dressrosa schon relativ bekannt war, durch die Geschichte von Corazon und Trafalgar Law. Und da hat man dann natürlich die einzig mögliche Alternative, zu sagen, hey, wir haben nichts anderes übrig, als alles zusammen zu tragen. Denn das, was Vegapunk hier über die Ds gerade erzählen wollte, ist das, was man in der kompletten One-Piece-Welt schon so ein bisschen teils als Puzzleteil zur Verfügung hat. Und hier muss man ganz einfach sagen, ich habe ja in der Vergangenheit schon viele Videos über das D gemacht. Und die symbolische Seite, die ist uns mittlerweile vollends klar. Wir haben Ruffy als Sonnengott, die Sonne als sehr großes Thema, muss ich hier einfach sagen. Denn die Sonne spiegelt ja irgendwo auch die Freiheit wieder. Ja, wir haben den Huf des aufsteigenden Drachens, der mit einem Sonnensymbol durch die Sonnenpiraten verbrannt wurde, überbrannt wurde. Wir haben überall Hinweise zu der Sonne. Und das D bezüglich Dawn spielt da natürlich auch eine Rolle, die ja diese ewige Nacht dann endlich zu Ende bringen wird. Und Ruffy als Sonnengott hier auch nochmal eine Anekdote, dass die Sonne ja eine enorme Rolle spielt. Und dieser symbolische Part, dieser symbolische Teil, der ist klar. Ja, jetzt geht es natürlich um den fakten-technischen Teil oder die Origin dieser Symbolik. Und das sind natürlich die Leute mit einem D im Namen. Und es ist so gut über die letzten Jahrzehnte aufbereitet und vorbereitet, dass es mich sogar gar nicht mal stören würde, wenn das D tatsächlich Dawn bedeutet. Ja, es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten. Die werden aber vermutlich alle nah beieinander liegen. Ja, die Origin wird vermutlich dieses antike Königreich gewesen sein. Oder zumindest etwas, was sehr eng damit verbunden war. Ja, deswegen bin ich gespannt, wann wir das enthüllt bekommen. Aber das wird dann vermutlich erst auf Love Tale sein. Und Gott sei Dank ist es auch so. Es wäre natürlich jetzt doch... Auf der einen Seite wäre es natürlich nice, wenn Vegapunk jetzt hier irgendwas enthüllt hätte. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, das ist natürlich Ruffys Abenteuer. Ja, deswegen kann Vegapunk da nicht großartig was vorwegnehmen. Ich meine ja, einige fanden die Erzählungen von Vegapunk irgendwo so ein bisschen nicht ganz so spannend, weil vieles wusste man ja schon so als Leser. Aber es ist natürlich essentiell für den plottechnischen Fortschritt dieser Story, dass das, was wir vielleicht auch schon wissen, dass das trotzdem nochmal hier aufgegriffen wird, um einerseits Leute abzuholen, die vielleicht nicht ganz so hinter der Geschichte stehen, die da nicht ganz so diesen Durchblick haben. Und natürlich auf der anderen Seite, um die Welt damit vorzubereiten, um die Welt mit einzubeziehen, denn das ist natürlich wichtig. Eine Story kann halt nur funktionieren, gerade in einem so heftig geografischen Ausmaß, wo die ganze Welt eigentlich beteiligt ist, wenn nicht nur wir Leser Bescheid wissen, sondern natürlich auch die Menschen, die auf dieser Welt leben, wo es halt ziemlich scheiße zugeht. Wenn das so eins in eins zusammen geht, ja, dann kann man natürlich auch eine sehr, sehr gute, nachvollziehbare Geschichte, die nachvollziehbare Reaktionen heraufbeschwört, erzählen. Denn stellt euch einfach mal vor, diese Vegapunk-Rede würde es jetzt, oder hätte es nicht gegeben. Es hätte sich auf der Welt nichts verändert. Jeder würde sein eigenes Ding machen. Und jetzt haben wir natürlich das Sprungbrett durch Vegapunk, dass die Welt sagt, okay, wir lassen das nicht mit uns machen. Wir bauen uns jetzt Schiffe, wir bereiten uns vor, dass die One Piece Welt untergeht, ja, tatsächlich mehr versinkt, ja. Diese Reaktion, die brauchen wir für den zukünftigen Verlauf der Story. Deswegen war das absolut notwendig, dass Vegapunk diese gesamte Sache nochmal hochholt, breit aufstellt, aufbereitet, erzählt. Und ja, ich muss sagen, es gab auch neue Sachen. Das dürfen wir nicht vergessen. Dass die komplette Welt im Meer versinkt, dass Joy Boy der erste Pirat gewesen ist, ja. Dass jetzt hier dieses D anreißen, dass da noch irgendwas Spezielles kommt, ja, das wussten wir natürlich auch. Aber, dass immer mehr die Leute oder die Welt anfängt zu hinterfragen. Naja, wenn Vegapunk jetzt hier eine einzelne Person gemeint hat, die unter den Leuten mit einem D im Namen existiert, dann ist es höchstwahrscheinlich Ruffy. Obviously, er ist unser Hauptprotagonist, ja. Wer soll es sonst sein? Ja, als Sonnengott und so weiter. Da ist natürlich die Frage, was ihn jetzt so speziell macht. Denn ja, er hat eine sehr, sehr spezielle Teufelsfrucht, aber da scheint es ja vermutlich noch irgendetwas zu geben. Abseits der Teufelsfrucht. Klar, er hat sie erweckt. Wir haben den Sonnengott Nika, Joy Boy und so weiter. Aber vielleicht gibt es da noch mehr, ja. Vielleicht hat Ruffy eine viel heftigere Kraft noch, die uns bis zum jetzigen Zeitpunkt noch verborgen ist. Denn in der One-Piece-Welt gibt es ja noch einige Fähigkeiten, die wir mit einem Fragezeichen entgegenstehen. Wir haben ja einerseits die Stimme des Universums, die wir ja ungefähr greifen können, aber wir noch nicht genau verstehen, was das für eine Fähigkeit im Detail ist oder wie sie funktioniert. Dann natürlich auf der anderen Seite noch Advanced-Königs-Hacky-Techniken. Vielleicht haben wir hier eine Möglichkeit zu sagen, okay, Ruffy ist quasi der D, der Auserwählte, der vielleicht alle drei antiken Waffen kontrollieren könnte. Weil wir dürfen nicht vergessen, Joy Boys Plan war es ja, die antiken Waffen an die nächste Generation weiter zu vererben. Das könnte im Umkehrschluss bedeuten, dass Joy Boy quasi die drei antiken Waffen besaß, beziehungsweise diese fast schon kontrollierte. Wir wissen, Joy Boy hat vermutlich nichts Negatives im Sinne gehabt. Aber das könnte vielleicht der ein oder andere Hinweis sein, dass man halt sagt, okay, Ruffy könnte derjenige sein, der diese drei antiken Waffen eint und dementsprechend kontrollieren könnte. Ich persönlich muss sagen, ich bin gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Wir haben ja auch in den letzten Kapiteln sehr viel über die Motherflame erfahren dürfen, welche unglaubliche Energiequelle dahinter steckt. Und ich denke, Ruffy wäre ebenso in der Lage, genau diese Energiequelle genauso gut zu kontrollieren, weil natürlich mit seiner Teufelsfrucht sehr, sehr viel möglich ist. Naja, auch in diesem Kapitel sehen wir dann viele weitere Reaktionen auf Vegapunks Ansage und natürlich auch, ich will es erwähnt haben, Don Creek, Jin, Pearl und so weiter. Ich persönlich muss sagen, ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass die eines Tages auftauchen. Aber es wundert mich auch nicht, dass die auf Pirate Island sind, ja, nämlich irgendwo bei den Blackbeard-Leuten. Ja, es hätte sonst irgendwie auch nicht gepasst, finde ich, weil wie sollten sie sich sonst da irgendwie alleine durchschlagen? Das passt halt einfach irgendwie wie die Faust aufs Auge, dass die dort auch nochmal am Start sind und vielleicht, aber auch nur vielleicht, haben die in Zukunft noch eine kleine Rolle zu spielen, wenn es im Kampf gegen Blackbeard heißt, hier alle Register zu ziehen. Aber gerade die Message mit den Leuten mit einem D im Namen hat hier besondere Reaktionen hervorgerufen, sei es Vivi, ja, sei es natürlich die Reaktion von Blackbeard und so weiter, der natürlich auch super gespannt zuhört. Ja, Sabo, Dragon, also hier scheint etwas ganz, ganz Großes im Busch zu sein, was es hier in Zukunft zu enthüllen gilt. Aber nichtsdestotrotz, ich persönlich muss sagen, ich bin ein sehr großer Fan von diesen ganzen Reaktionen, denn es gibt einfach zu viele Charaktere, wo es mich einfach interessiert, jo, ah, was machen die gerade? Denn man sieht ja nicht nur die Reaktionen, man weiß ja, wo die gerade ungefähr sind, ja. Man kann da ein Status-Update geben und so weiter. Das passt halt, finde ich, einfach ganz gut. Man kann dann vielleicht auch ein paar Rückschlüsse darauf ziehen, was die vielleicht jetzt als nächstes vorhaben und so weiter. Korbi etc., die sind im Krankenhaus, Smoker ebenfalls dort in der Nähe, den wir auch schon relativ lange nicht mehr gesehen haben. Also ich finde, das ist immer so eine gute Möglichkeit, hier den aktuellen Standpunkt ebenfalls zu zeigen. Gehen wir zurück auf Egghead und den Clash, auf den wir wirklich schon lange gewartet und spekuliert haben. Zorro gegen Venus und das war natürlich ein absoluter Hammer. Vorweg muss ich mich hier natürlich verwunderlich äußern, denn es gab, glaube ich, noch nie irgendwie so zwei, drei Fehler als Zeichen-Stil, muss ich hier sagen. Venus hat da einmal keine Brille an, ja, die hat man hier einfach vergessen und das komplette Schwert ist irgendwie ein Kitetsu, aber der ganze Griff ist ausgetauscht. Sprich, das sieht jetzt irgendwie aus wie das Schwert von Fujitora mit einer Kitetsu-Klinge. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist oder ob das Absicht war, ich kann es mir nicht vorstellen, aber so viele kleine Fehler hatten wir schon länger nicht mehr. Wollte ich auf jeden Fall nochmal hier erwähnen, da habe ich mich mal gespannt, ob das auf jeden Fall noch korrigiert wird. Aber wir haben Zorro gegen Venus und ja, die große Diskussion, Kitetsu gegen Kitetsu, warum ist das Kitetsu von Venus auf einmal so riesig? Ja, Leute, es ist immer noch ein Manga, aber ich muss sagen, fand ich sehr nice, denn ich muss sagen, dieser Clash hat ganz klar gezeigt, Venus ist nicht absolut superior. Ja, und da muss man natürlich hier ganz klar sagen, ja, er hat hier ein Clash gegen Zorro gehabt. Man sieht ja natürlich das absolute Haki sprießen, das dürfen wir nicht unterschätzen und ich muss ja einfach sagen, super gemacht, sehr interessant hier. Venus als auch Zorro, die stoßen hier sich gegenseitig weg, das bedeutet, hier ist keiner irgendwie derjenige, der die Oberhand hat oder so. Und hier muss ich halt sagen, was in den letzten Wochen immer wieder hervorgebracht wird. Es fehlt eigentlich nur noch die Lösung, wie man die Gorosei wirklich langfristig, dauerhaft verletzen kann. Also, dass die diese Regeneration nicht besitzen oder haben, beziehungsweise, dass man diese irgendwie umgeht. Denn die Strohhüte scheint ja doch irgendwo eine Art Möglichkeit zu haben, die Gorosei hier auch zurückzudrängen und sich denen in den Weg zu stellen. Und die Strohhüte, die haben mittlerweile auch die Kraft, da ganz oben mitzumischen. Natürlich ist vereinzelt vermutlich der ein oder andere Gorosei hier noch Superior, gerade Walkery. Ruffy gegenüber, das haben wir ja gesehen, vermutlich war das eine Haki-Thematik, die ja auch noch eine Rolle spielt. Aber ich persönlich muss sagen, das ist ja nicht etwas, was Ruffy schon in der Vergangenheit irgendwie überwunden hat. Da muss man natürlich ganz klar sagen, das wird Ruffy auch noch rocken. Es geht natürlich einzig und allein darum, hinter dieses Geheimnis zu kommen, der ewigen oder fast oder augenscheinlich ewigen Regeneration. Und dann muss ich halt einfach sagen, scheint es gar nicht so krass abstrus zu sein, dass die Strohhüte gegen die Gorosei auch etwas reißen können. Denn stärketechnisch haben wir sehr starke Leute in der Strohhutbande. Gerade mit Zoro, Sanji, Ruffy und Jinbei haben wir hier Leute, die definitiv was ausrichten können. Allerdings ist natürlich das große Geheimnis der Regeneration hier definitiv im Weg. Und das muss gelöst werden. Und dann, finde ich persönlich, kann man hier durchaus sagen, jo, die haben ja eine reelle Chance. Naja, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die vier anderen Gorosei sich um den antiken Roboter kümmern, gekümmert haben, ja, je nachdem, wie fix die damit jetzt tatsächlich ans Ziel kommen, da hat man natürlich die Frage, was macht Venus? Bleibt er die ganze Zeit jetzt bei den Strohhuten? Weil er ist ja jetzt nicht über alle Berge geschossen worden. Das ist ja nicht der Fall. Der ist ja da in der Nähe. Das heißt, der wird vermutlich wieder versuchen anzugreifen. Und da ist die Frage, hey, werden die Strohhüte dann zusammen hier gegen Venus kämpfen? Oder sind die anderen Gorosei da auch schon relativ fix dann wieder bei den Strohhüten? Das ist natürlich eine Frage, die dürfte sehr, sehr spannend werden, wenn wir jetzt die zukünftigen Kapitel einfach mal abwarten. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Strohhüte hier natürlich noch nicht aus der Gefahrenzone sind. Denn, wenn wir jetzt natürlich hier die Möglichkeit haben, wir haben fünf Gorosei auf Aircat, die haben wir unter die Übertragung beendet, den antiken Roboter vermutlich sogar zerstört, und Vegapunk ist mutmaßlich gestorben. Ja, und die Gorosei, die haben natürlich einen großen Feind, und das ist Joy Boy, ja. Und das ist Ruffy, die Teufelsdruck von Ruffy oder Ruffy generell. Und wenn sie schon da sind, kann ich mir gut vorstellen, dass die hier natürlich auch weiter auf Ruffy hier Jagd machen. Die Frage ist, wie weit geht das? Erreicht ein Coup de Bust, dass die dann weg sind? Und die Gorosei sagen, alles klar, jo, dann ziehen wir zurück nach Mary Joa. Oder gibt es dann Befehl von Imu, dass er das Ganze macht? Oder haut er da eine andere Motherflame drauf? Beziehungsweise mit der antiken Waffe Uranus haut er da nochmal einen Angriff drauf? Also, sehr, sehr viele Fragen über Fragen der weitergehenden Zukunft, ja. Also, wie baut sich das Ganze jetzt auf? Weil wir haben diese zwei Camps, die theoretisch hier sehr gut gegeneinander kämpfen könnten. Weil für mich persönlich spricht eigentlich jetzt nicht so viel außer zwei Punkte, dass die Strohhüte jetzt hier einfach abhauen. Einerseits, Ruffy erfährt, was Blackbeard hier die ganze Zeit abgezogen hat mit seinen Freunden, mit seiner Familie und so weiter. Dann will er natürlich Blackbeard als erstes erledigen. Aber wenn die Gorosei sich ihm in den Weg stellen, dann muss er die ja natürlich zuerst aus dem Weg räumen, ja. Ist natürlich klar. Und so könnte man dann natürlich eventuell den Fokus Richtung Ende von Egghead Island in der Tat darauf legen, die Gorosei zu erledigen oder zumindest einen oder zwei zu erledigen. Also, das ist, glaube ich, eine Sache, die dürften die wenigsten erwarten. Viele gehen jetzt mit der Erwartung ran, okay, die Strohüte kommen jetzt irgendwie weg, die fahren oder fliegen Richtung L-Bahn und dann wird sich das alles schon irgendwie legen. Aber Oda ist natürlich jemand, der meistens in die 180-Grad-Richtung geht, ja, komplett anders abbiegt. Und dann haben wir vielleicht jetzt noch Egghead Island zwei Jahre, ja. Und die kämpfen tatsächlich gegen die Gorosei. Das kann natürlich auch möglich sein. Also, bei Oda sind wir uns nie ganz zu 100% sicher, was der als nächstes hier vorhat. Aber das wäre in der Tat eine Möglichkeit, zu sagen, hey, die Gorosei sind jetzt da als Gegner. Die Strohüte können nicht einfach so abhauen. Es funktioniert halt einfach nicht. Die müssen sich diesem Kampf eventuell jetzt stellen. Dann wird das, glaube ich, noch eine sehr, sehr interessante Sache. Denn wenn wir uns mal das Ganze so überlegen, in One Piece gibt es selten einen Arc, wo ein heftiger Antagonist halt einfach nicht erledigt wird. Ja, das ist schon sehr, sehr selten. Und da muss ich einfach sagen, ich persönlich fände es gar nicht mal so verkehrt, wenn man jetzt hier die Gorosei als absoluten Endgegner oder als Antagonist hier weiter etabliert und weiter gegen die Strohte kämpfen lässt. Denn dafür geht der Egghead Island Arc schon ziemlich lange. Und ich persönlich muss sagen, wir haben die Gorosei jetzt gesehen. Wir wissen, was die für Fähigkeiten haben und so weiter. Ich glaube, im Endgame von One Piece, wenn es wirklich um diesen finalen Krieg geht, dass die dann wieder auftauen, dass man dann zwei Jahre mit denen kämpft. So, das könnte dann eventuell dazu führen, dass der Impact nicht mehr allzu groß ist, weil die große Enthüllung, was haben die für Fähigkeiten, wie krass sind die und so weiter. Das haben wir jetzt auf Egghead Island gesehen und das wäre halt keine erneute Überraschung in diesem großen finalen Krieg. Deswegen ist das natürlich ein sehr abstrakter Gedanke oder ein Gedanke, der natürlich in die komplett andere Richtung geht. Aber was haltet ihr davon? Wie würdet ihr das Ganze einschätzen? Könnt ihr euch vorstellen, dass die Strohhüte jetzt hier noch gegen die Gorosei kämpfen, hinter das große Geheimnis der Regeneration kommen und diese eventuell sogar dann erledigen? Natürlich muss man auch ein wenig realistisch sein. Die Gorosei sind natürlich keine 0815-Kandidaten. Das sind alles Kämpfer, die mindestens auf Admiral bis hoch zum Kaiserniveau oder vielleicht teilweise sogar auch stärker sind. Die kann man ja nicht alle einfach plätten. Das würde nicht funktionieren. Aber dass die hier zumindest nicht die Strohhüte erledigen können, weil die Strohhüte sich gut zur Wehr setzen. Das wäre doch mal etwas. Und anhand der Erfolge dann gemessen, dass man zumindest hinter dieses große Geheimnis kommt, wie man die dauerhaft verletzen könnte. Das wäre doch zumindest etwas. Aber ich fände es gar nicht mal verkehrt, wenn die Strohhüte jetzt eine Zeit lang gegen die Gorosei hier kämpfen werden. Eine Sache, die mir hier auf jeden Fall noch mit eingefallen ist, ist natürlich einfach das Ziel. Ja, sie haben ja L-Bahn als Ziel. Aber warum gerade L-Bahn? Natürlich wegen den Riesen. Und auf der anderen Seite, Shanks ist ja auch noch da. Ist ja auch noch so eine nice to have so nebenbei. Aber ich muss sagen, wenn die Gorosei hier entweder die Strohhüte nicht entkommen lassen, oder wenn sie die Strohhüte entkommen lassen, dann haben die Gorosei eigentlich theoretisch keine andere Wahl, als den Strohhüten zu folgen. Versteht ihr, wie ich meine? Deswegen, ob die jetzt auf Elkett Island kämpfen, oder nach L-Bahn verfolgt werden, Ich denke, zumindest einer der Gorosei oder sonstigen, die können die Strohhüte einfach nicht weglaufen lassen. Also das funktioniert nicht. Wir haben Gorosei, die können fliegen. Und ich denke mal, jeder von den Gorosei hier kann auch zumindest ein Gepo, also so ein Skywalk. Also selbst wenn die Strohhüte wegfliegen mit dem Kuhdebast, müssten die hinterher. Weil natürlich die Strohhüte jetzt so wirklich mit das Gefährlichste an für sich, für die Gorosei darstellt. Oder für die Weltregierung. Das ist halt einfach so. Ich weiß nicht, ich glaube, die wissen ganz genau, was Joy Boy für eine Macht hat. Ja, was da für Fähigkeiten oder für Möglichkeiten offen sind. Deswegen glaube ich, haben die eigentlich keine andere Wahl als Ruffy. Zumindest, wenn sie hier auf Erkett Island nicht bekämpfen, zu verfolgen. Und selbst wenn die Strohhüte dann entkommen und dann vielleicht verfolgt werden von zum Beispiel Mars, weil der kann ja fliegen. Ja, dass sie dann auf Elkett aufeinandertreffen. Und dann hätten wir hier eventuell auch nochmal den Einfluss von Shanks, der hier auch nochmal eine sehr große Rolle spielt. Gerade, denke ich zumindest, in der finalen, finalen Entwicklung von Ruffy, was jetzt so die absoluten Endstufen des Harkis zum Beispiel angeht. Vielleicht die ein oder andere Info über die Gorosei, wie man die erledigen kann. Was ist mit der Regeneration auf sich? Ja, also Shanks ist so ein externer Faktor, der hier natürlich vom Informationsgehalt einfach sehr, sehr viel beitragen könnte. So kann ich mir das gut vorstellen, dass man hier natürlich dafür sorgt, dass wenn die Strohhüte hier weiter verfolgt werden, dass die dann natürlich auch extern weitere Hilfe bekommen. Ohne hinsteht ja das Treffen zwischen Ruffy und Shanks aus. Und ich persönlich muss sagen, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, wenn nicht sogar Blackbit dazwischenfunkt. Das müssen wir auf jeden Fall mal abwarten. Aber es ist eigentlich egal, in welche Richtung es geht. Es wird und bleibt immer spannend, egal welche Konstellation man jetzt hat, ob die Strohhüte hier auf Elkett bleiben, ob sie abhauen, verfolgt werden oder nicht. Ja, man hat hier natürlich jetzt sehr, sehr interessante Zukunftsaussichten auf die nächsten Kapitel. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, der antike Roboter, der scheint auch erst einmal ausgenockt zu sein oder zumindest die Übertragungstele-Schnecke in dem antiken Roboter, die scheint ja ausgenockt zu sein. Da bin ich mal gespannt, wie es da weitergehen wird, ob diese Übertragungstele-Schnecke dementsprechend irgendwie weiter überträgt, ob wenn diese Übertragungstele-Schnecke in dem antiken Roboter, ich sag mal, stirbt, ob vielleicht den dann nicht eine andere Teleschnecke noch anspringt. Ja, ich meine, dieses System hat Vegapunk ja gemacht. Dieser Hauptkörper von Vegapunk ist gestorben. Die Übertragungstele-Schnecke hat angefangen. Wenn die stirbt, könnte das ja theoretisch weitergehen. Also, das wäre ja eine Möglichkeit, die auch sehr interessant wäre. Alles in allem ein super gutes Kapitel, muss ich einfach sagen. Sehr interessant zu sehen. Und die Zukunftsaussichten, die sind natürlich wie immer super spannend. Ich bin gespannt, was im nächsten Kapitel passieren wird. Wir haben ja nächste Woche keine Pause, Leute. Deswegen können wir da gespannt sein. Da wird es in den nächsten Tagen, Dienstag vermutlich, die nächsten Spoiler geben. Und falls ihr die nicht verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist, Kanal abonnieren. Daumen hoch wäre korrekt. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich wünsche euch allen noch was. Macht's gut. Haut rein. Ciao und tschüss. Tschüss.